Ja, hallo YouTube, hier bin ich wieder mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein vorletztes Video war ja das Unboxing des neuen iPads, was Apple jetzt einfach nur iPad nennt. Und ich habe euch versprochen, ich spiele ein bisschen mit dem Gerät rum und erzähle euch dann ein bisschen was über meine Erfahrungen. Und genau das habe ich gemacht, ich habe mir bewusst ein bisschen Zeit gelassen, wollte es in meinen typischen Szenarien testen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Ihr wisst, ich hatte vorher das iPad Mini 1 und da ist der Schritt zu einem 9,7 Zoll iPad Dorinorm und davon will ich euch jetzt berichten. Und ich will auch so ein bisschen auf die Großwetterlage eingehen, weil Apple gerade gestern die aktuellen Quartalszahlen für das erste Quartal 2017 vorgestellt hat, wo nochmal deutlich wurde, dass die iPad-Verkaufszahlen jedoch stetig nach unten gehen. Und da will ich mir auch mal Gedanken machen, oder ich habe mir Gedanken gemacht, Ja, ist das gerechtfertigt? Hat das iPad eigentlich überhaupt eine Zukunft? Aber der Reihe nach. Fangen wir erstmal mit meiner Erfahrung zum iPad an. Hier ist das gute Stück. Ja, ich habe es eingepackt in eine Hülle. Man sollte es tatsächlich tun. Ich bin in aller Regel kein Freund von Hüllen. Mein iPhone zum Beispiel nutze ich nie in einer Hülle. Ansonsten, gut, ich habe einen iPad, den packt man sowieso in die Hülle. Aber es ist beim iPad oder bei Geräten, die man so einfach auf den Tisch legt, ist es wirklich angepackt. Ich bin ein großer Freund von diesen Aluminium-Cases. Das fühlt sich schön an, das macht einen wertigen Eindruck. Aber Aluminium hat den großen Nachteil, es ist weich. Sprich, es verkratzt. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Scheiß doch drauf. Ja, mache ich halt nicht. Deswegen packe ich es in eine Hülle. Stört mich beim iPad nicht. Hat beim iPad aber auch den riesen Vorteil, das muss ich einfach auch sagen, das ist der zweite Grund, warum ich eine Hülle benutze, dass es natürlich eine Standfunktion hat. Und jeder, der hier und da mal ein bisschen was tippen will oder das Gerät auf den Tisch legt und liest oder mal Videos schauen will, der wird um eine Hülle nicht drum herum kommen. Apple selbst bietet dieses Smart-Cover an. Sprich, das ist dann im Prinzip nur dieser Lappen hier. Der wird dann magnetisch ans iPad dran gepinnt. Ganz tolles Ding. Hat den Nachteil, dass die Rückseite immer noch ungeschützt ist und dass es schweineteuer ist. Unverhältnismäßig teuer. Das sind wir von Apple gewöhnt. Zugehörpreise sind jenseits von gut und böse. Ich habe die Preise jetzt gar nicht im Kopf, aber ich glaube, die kosten 50 Euro oder sowas. Und das sind sie nicht wert, definitiv. Ich hatte die Teile schon, hatte es auch fürs Mini, habe dann aber beim Mini noch eine extra Hülle drum herum gemacht hinten. Dann kann ich auch gleich so eine Hülle kaufen. Was soll es? Kostet bei Ebay, keine Ahnung, 10 Euro. Kann man ruhig machen. So, meine Erfahrung mit dem Gerät. Ihr wisst, oder ich habe es euch vorher gesagt, ich hatte vorher das iPad Mini mit knapp 8 Zoll. Hier haben wir 2 Zoll mehr. Nicht viel, denkt man, aber im Alltag ist es enorm. So viel kann ich schon mal verraten. Man muss sich immer so ein bisschen Gedanken machen, was macht man mit dem Gerät im Endeffekt. Liest man mehr, schaut man mehr Videos, tippt man darauf. Und das gibt einem so ein bisschen die Antwort darauf, welches Gerät für einen die bessere Wahl ist. Mein Szenario ist, ich schaue, wie viel Video mit dem Gerät. Ich benutze es zum Beispiel im Bett oder auf Reisen als Fernsehersatz. Und ich lese sehr viel darauf. Allerdings keine normale Literatur, sondern für die Uni. Das heißt, da liegt das Gerät meistens auf dem Tisch. Und ich lese, mache mir vielleicht Notizen dazu, markiere was und tippe hier und da auch was. Und deswegen bietet sich für mich eigentlich diese Größe an. Das Mini war hier und da doch ein Ticken zu klein. Gerade wenn man was tippt, war man beim Mini immer so ein bisschen geneigt, vielleicht eine Tastatur anzuschließen. Von daher, tippen, Video schauen, ist dieses Gerät optimal. Seid ihr jetzt eher Typen, die jetzt im Bett lesen abends, das Gerät hier so vor sich haben und lesen, ist vielleicht Mini das bessere Gerät. Denn natürlich, das Gerät ist schwerer als das Mini. Und ja, das merkt man. Definitiv. Ich hatte früher das iPad 1, das allererste iPad. Das war deutlich schwerer als dieses Gerät. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Das war schwerer, das war dicker. Das konnte man de facto nicht so in der Hand halten. Das konnte man mal zwei, drei Minuten machen. Dann wurden die Arme schwer, Hände schlafen ein, weiß der Geier, das war gar nichts. Das ist bei diesem Gerät nicht mehr so. Das kann man durchaus auch in der Hand halten. Ich habe zum Beispiel ein weiteres Szenario von mir, ein bisschen skurril, aber das ist halt so mein Ding. Ich liege halt öfters auch mal in der Badewanne und lese. Um das Ding zu schützen, helfe ich mir da mit einem ganz simplen Trick. Da hole ich eine große Frischhaltefolie. Diese Toppitz-Beutel steckt das Ding rein, wird oben verschlossen. Dann kann man in der Badewanne bequem lesen. Das hat mit dem Mini noch ein bisschen besser funktioniert, einfach weil es handlicher war. Ich liege da halt auch oft so da. Hier habe ich das Gerät in einer Hand. Mit dieser Hand blättere ich oder markiere auch mal was, weil ich lese halt da hauptsächlich auch in die Literatur. Das funktioniert auch mit dem Gerät. Es ging mit dem Mini besser, das gebe ich zu. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das geht hiermit überhaupt nicht. Nein, das funktioniert. Durchaus. Was mir auch aufgefallen ist, das Video schauen. Ich war jetzt über das Maiwochenende auf Reisen gewesen und wir waren in so einer bisschen abgelegenen Wanderhütte. Da hatten wir abends viel Zeit. Wir waren nur zu zweit. Da schaut man auch durchaus mal einen Film. Das habe ich mit dem Mini auch gemacht. Das war mit dem Mini aber immer semi-optimal. Mit diesem schönen iPad hier ist das perfekt. Viele haben ja bemängelt, dass das neue iPad im Gegensatz zum iPad Pro nur zwei Lautsprecher hat. Das braucht ja vier. Aber die Lautstärke ist im Gegensatz zu meinem Mini noch mal deutlich mehr. Wirklich deutlich mehr. Es hat mehr Volumen, aber auch mehr Lautstärke. Mit dem Mini zu zweitem Film gucken in einem großen Raum, das war nicht immer angenehm. Mit diesem Gerät ist das gar kein Problem. Klar, man muss auch hier auf Voll-Lautstärke gehen. Keine Frage. Aber das funktioniert. Das kann man sehr bequem machen. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Wie ist die Geschwindigkeit? Wenn man ein Gerät für 400 oder hier mit der 128er bei 500 Euro kauft, will man natürlich eine gewisse Zukunftssicherheit. Ich hatte ja das Mini 1 gehabt und das war in den letzten Jahren praktisch nicht mehr benutzbar. Das wurde mit Update zu Update langsamer. Es hat ja noch diesen A5-Prozessor, also noch den 32-Bit-Chip drin. Das hier ist ja schon ein 64-Bit-Chip, der A9. Und es hat 2 GB RAM. Und ganz ehrlich, das merkt man. Also der Vergleich vom iPad Mini zum iPad 2017, der ist enorm. Es ist jetzt natürlich ganz schwierig, das hier zu zeigen, irgendwelche Apps aufzumachen. An einem Beispiel kann ich es festmachen, wobei euch jetzt natürlich auch der Vergleich fehlt. Aber da müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ich habe hier so eine ganz simple PDF-Bearbeitungs-App. Kabinet heißt die. Es gibt ja 100 verschiedene Apps und diese App schließt auf dem iPad Mini definitiv an ihre Grenzen. Die habe ich aufgemacht. Das Programm hat mindestens 30, 40, 50 Sekunden gebraucht, bis es geladen hat. Wenn ich Seiten umgeblättert habe, ist mir die App regelmäßig abgestürzt. Solche Späße. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, wenn ich das Mini nicht mehr hier habe. Aber ich werde sie jetzt mal für euch öffnen. und dann seht ihr mal, ich drücke drauf, zack, die App ist direkt da. Hier, die lädt natürlich auch noch ein paar Sekunden, aber dann ist direkt mein Text da. Das ist gar kein Vergleich zum iPad Mini. Das ist wirklich sozusagen ein ganz neues Fahrgefühl. Ich habe hier noch ein iPad eher erster Generation hier im Haus. Mein Vater benutzt das. Und ich denke, am besten mache ich euch einen kleinen Einblender, wo ich euch die beiden iPads einfach mal nebeneinander zeige, wo wir mal ein paar Apps starten, haben, dass man mal sieht, wie so der Geschwindigkeitsunterschied von einem iPad vor, was ist das jetzt, das Pro, das R2, also vor drei Generationen ein iPad mit dem aktuellen iPad vergleicht. Ich denke, das ist mal ganz interessant. Da schalten wir jetzt mal hin. So, dann schauen wir uns mal kurz die Performance an. Das ist jetzt natürlich kein ausführlicher Benchmark, ausführlicher Vergleich. Es soll einfach nur mal darum gehen, dass ihr jetzt mal ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell, wie sehr sich die beiden iPads unterscheiden. Hier links haben wir natürlich das aktuelle iPad und hier haben wir das iPad Air 1. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit Apps, die man so im Alltag durchaus benutzt. Jetzt keine speziellen Apps. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Safari. Ich drücke jetzt mal bei beiden gleichzeitig drauf und dann schauen wir mal, wie schnell die starten. Ihr seht, sind keine anderen Applikationen offen. Deswegen ist der Vergleich auch durchaus realistisch. Und los geht's. Okay. Ihr seht, das iPad ist ein Ticken schneller. Dann schauen wir uns als zweites doch mal den App Store an. Der braucht normalerweise auf älteren iPads immer ein bisschen länger. Schauen wir mal. Zack, da ist er schon geladen. Auf dem iPad Air 1 lädt er noch. Ihr merkt, es sind zwar Unterschiede vorhanden, aber jetzt nicht so, dass man sagt, Gottes Willen, das iPad Air 1 ist nicht mehr benutzbar. Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Gucken wir uns auch mal den iTunes Music Store an. Zack. Da müsste es ähnlich sein. Genau, hier ist er schon geladen. Auf dem Air 1 lädt er noch und lädt und lädt. Also hier ist der Unterschied jetzt wirklich deutlich. Ja, das war jetzt ein ziemlich eindrucksvolles Beispiel. Ich denke, was man auch relativ häufig benutzt, ist Pages oder allgemein die iWork-Applikation. Probieren wir es mal und los. Okay, hier ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber ihr merkt, insgesamt ist das iPad 2017 jedes Mal so ein Ticken schneller. Nicht extrem viel schneller, aber schneller. Machen wir noch eine Applikation, was Kleines. Machen wir den Kalender. Okay, die sind fast zeitgleich. Ist jetzt natürlich auch eine sehr kleine Applikation. Google Maps könnte man uns noch einmal anschauen. Das lädt ja in der Regel auch ein bisschen länger auf älteren Geräten. Ah, habe ich jetzt ein bisschen versaut. Danke. Okay, das ging jetzt ein bisschen in die Hose. Ist nicht schlimm. Ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen, das iPad ist definitiv schneller. Allerdings nicht so, dass man jetzt sagt, das iPad Air 1 stinkt jetzt komplett ab. Das war bei meinem iPad Mini die erste Generation noch ganz anders. Da hätte ich, also ich habe jetzt ja hier die ganzen Applikationen nacheinander gestartet. Das wäre beim iPad Mini 1 überhaupt nicht mehr entgangen. Daran sieht man eigentlich sehr schön, dass das Air 1 immer noch ein ziemlich potentes Gerät ist. Aber das iPad 2017 ist ein gutes Stück potenter. Alles klar, schalten wir wieder zurück. So, ihr seht, der Vergleich ist durchaus angebracht. Unterschied existieren, aber gerade im Vergleich zum Air 1 sind sie nicht so groß, wie man es vielleicht annehmen könnte. Ich sage immer gerne, Apple ist ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs, denn die iPads nach iPhones sind mittlerweile so gut, so schnell, dass sie wirklich über Jahre halten. Also ich habe mit meinen iOS-Geräten angefangen, mit dem iPhone 3GS. Mit meinem Vertrag konnte ich das alle zwei Jahre wechseln und diese zwei Jahre konnte ich fast nicht abwarten. Die Geräte wurden so langsam und das zog sich bis zum iPhone 5S. Ab dem iPhone 5S und so in dieser Generation spielte ja das Air 1, ging es richtig ab. Also mein altes 5S hat auch mein Vater geerbt. Das läuft heute noch genauso schnell wie mein 6S oder fast zumindest. Und ebenso ist es bei den iPads. Also das iPad 1, das war nach zwei Jahren unbenutzbar. Jetzt mein Mini 1, das war jetzt nach fast viereinhalb Jahren war es eigentlich unbenutzbar. Ging eigentlich nur noch lockeres Lesen und YouTube schauen. Viel mehr ging dann nicht mehr. Also selbst Safari habe ich dann nicht mehr aufgemacht, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist eigentlich so seit den 64-Bit-Chips ist, ist das einfach weg. Und in diese Kerbe schlägt auch das neue iPad. Das ist einfach schnell. Ganz einfach. Also wenn ihr euch so ein Gerät kauft, Einschätzpreis 400 Euro, seid ihr von der Geschwindigkeit definitiv zukunftssicher. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Also wenn ihr noch ein iPad 2 habt oder ein Mini oder sogar noch ein erstes iPad, dann macht euch da keine Gedanken. Diese Geräte hier, die werden definitiv von der Geschwindigkeit länger mithalten. Die werden mehr Updates mitmachen. Oder besser mitmachen, sagen wir es mal so. Apple versorgt uns ja eigentlich aber sowieso ziemlich lange mit Updates. Ich glaube, das Mini 1 hat jetzt das aktuelle Update auf iOS 10 nicht mehr bekommen, aber alle vorher hat es bekommen. Also da kann man sich nicht beschweren. Thema Qualität. Ist mir irgendwas aufgefallen an dem Gerät? Wie gesagt, ich habe es benutzt, es ist in der Hülle. Aus der Erfahrung weiß ich, wenn man es nicht in der Hülle benutzt und ihr legt die iPads auf den Tisch oder sonst was, glaubt mir, die verkratzen euch hinten. Das mag den einen oder anderen nicht stören. Mir stellen sich da leider die Nackenhaare bei so einem teuren Gerät oder allgemein bei Geräten. Das hat gar nichts mit teuer zu tun. Ich gehe einfach gerne pfleglich mit meinen Geräten um. Deswegen packe ich es in die Hülle. Ist geschmacksam. Aber wenn ihr Kratzer vermeiden wollt, benutzt eine Hülle. Ganz einfach. Hat aber nichts damit zu tun, dass das Gerät tadellos verarbeitet ist. Eine kleine Sache ist mir aufgefallen, die kann ich mir auch gar nicht wirklich erklären. Ich kann euch das in der Kamera überhaupt nicht zeigen. Tut mir leid, das werdet ihr nicht sehen. Das muss man wirklich im Gegenlicht sehen. Und zwar, wenn ich das Display putze und halte es so ins Licht und zu schauen, ist alles weg, ist hier so auf dieser Höhe ungefähr ein Staubkorn großer Kratzer oder eine Macke oder sonst was im Display. keine Ahnung, wie die da hinkommt. Wie gesagt, ihr seht, ich gehe pfleglich mit dem Gerät um. Das Display ist immer abgedeckt und es fiel mir wirklich schon eine Woche nachdem oder zwei Wochen nachdem ich es hatte auf. Es ist nicht zu sehen, glaubt es mir. Ich kann es euch in der Kamera nicht zeigen und auch in der täglichen Nutzung fällt es mir überhaupt nicht auf. Ich muss diesen Punkt wirklich suchen. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn man technische Geräte hat und man weiß, dass dieser Fehler da ist, dann fuchst es einen so ein bisschen. Es stört mich jetzt nicht, ich kann damit leben. Es ist wirklich nur ein Staubkorn groß. Größer ist es nicht. Ich frage mich nur, wie kommt der da hin? Weil vertraut mir, durch mich kommt er da nicht hin. Ich habe das Gerät wirklich immer in dieser Hülle. Wenn ich es mitnehme, habe ich es noch zusätzlich in der Tasche drin. Das Gerät ist mir irgendwo hingefallen, ich bin irgendwo drangestoßen mit dem Display. Das bringt mich so ein bisschen zum Schluss, dass es vielleicht ein Produktionsrückstand ist. Dass es vielleicht wirklich von Werk aus dran ist. Mag es sein, würde mich wundern bei einem Apple-Gerät, aber es sieht für mich so aus. Kann Einzelfall sein, wird wahrscheinlich auch ein Einzelfall sein, vielleicht ist mir auch doch irgendwas drangestoßen, ich glaube es aber nicht. Ist der einzige Nachteil, also das einzige Manko, das mir bisher aufgefallen ist. Wie gesagt, ist jetzt kein Beinbruch, dann kann ich leben, ansonsten ist das Gerät tadellos verarbeitet. Die ganzen Testberichte haben ja gesagt, ja, das Display ist jetzt nicht mehr laminiert, also sprich, das Glas ist nicht mehr unten drunter mit der Displayeinheit verklebt, dadurch spiegelt das ohne Ende und glaubt mir, das ist nicht so. Ja, es spiegelt, aber das R2 von meiner Mutter, ich kenne dieses Gerät, das hat dieses laminierte Display, das spiegelt auch. Mag sein, dass das ein kleines bisschen weniger spiegelt, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, das hier ist jetzt, wenn das Licht an ist oder eine Sonneunbenutzbar oder sowas, überhaupt nicht. Dazu kommt, dass das Gerät unglaublich hell wird, ihr seht, wie gering die Helligkeit momentan eingestellt ist und wie hell das Display schon ist. Ich stelle die jetzt mal ganz hoch, wenn wir die Kamera wahrscheinlich sofort abdunkeln, hier seht ihr erstmal gar nichts mehr. Also, das ist ein extrem helles Display, extrem scharf, knackig, mein Mini 1 hat ja noch ein normales Display, hier hat man ja ein Retina Display, also Top Display, da brauchte ich gar keine Sorgen zu machen. Akkulaufzeit wird bei den iPads immer mit 10 Stunden angegeben und ich bin mir sicher, ich habe es jetzt natürlich leider nicht nachgemessen, aber so vom Gefühl her kommen wir hier deutlich über 10 Stunden. Die technischen Daten decken sich damit ein bisschen, weil der Akku ist der bisher größte Akku, der im iPad verbaut wurde, deutlich größer als im R2 und im Pro und ich denke, dass man hier locker über 10 Stunden kommt, aber zumindest diese 10 Stunden, die Apple verspricht, die werden auch erreicht. Vertraut mir da, also ich muss dieses Gerät wirklich nur alle paar Tage aufladen. Ich hatte gestern Nacht hatte ich so zum Einschlafen habe ich noch ein YouTube-Video angemacht, das hat gedauert so 50 Minuten. Ich bin eingeschlafen, das heißt, das Video ist auch durchgelaufen. Am nächsten Morgen hatte ich noch 99% Akku. Also so viel zum Thema wie viel Frist denn so eine Anwendung. Fast gar nichts. Von den Akkus her habe ich wirklich noch kein Gerät erlebt, das mit den iPads mithält. Ganz im Gegensatz zu den iPhones, die daher als negativ Beispiel sind. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt zum großen Ganzen. Für wen lohnt sich ein iPad? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ein iPad lohnt sich, denke ich, nur in ganz speziellen Szenarien. Versteht mich nicht falsch. Ich mag dieses iPad, ich bin in meinem Anwendungsszenario auch darauf angewiesen, ich könnte das mit dem iPhone zum Beispiel nicht abdecken und mit dem MacBook auch nur bedingt, einfach weil ich es halt ultra mobil brauche, viel lese, das Gerät aber in der Hand halte, ihr habt gehört, mal im Bett, mal in der Badewanne, holt man es mit an die Uni, auf Reisen, ich mag diese lange Akkulaufzeit, von daher ist es für mich das richtige Gerät. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, ich möchte dieses Gerät nur zum Surfen haben, mal zum Zocken und sowas, bin ich mir unsicher, ob ich mir in diesem Fall ein iPad noch holen würde. Das sage ich euch ganz ehrlich. Die iPhones sind ja ganz genauso leistungsfähig wie so ein iPad, sogar noch mehr eigentlich. Die iPhones sind mittlerweile groß. Und gerade das iPhone 7 Plus ist ja mit 5,5 Zoll wirklich ein großes Gerät. Und zum Surfen im Internet, Facebook, E-Mail, paar Spiele spielen, reicht ein iPhone in aller Regel aus. Wenn man jetzt allerdings sagt, ich schaue regelmäßig Videos auf dem Gerät, ich lese viel, ich lese viele Bücher, ich tippe sogar mal was drauf, dann wird ihr um ein iPad nicht herumkommen. Man sieht ja im Moment auch, wie gesagt, Apple hat gestern die Quartalszahlen vorgestellt, die iPad-Verkaufszahlen gehen zurück. Das heißt, die Leute scheinen ja auch so zu denken. Allgemein sieht man ja, dass die Tablets allgemein zurückgehen. Der große Tablet-Hype ist ja irgendwie vorbei. Trotzdem denke ich, dass die iPads ihre Berechtigung haben. Man hat ja am Anfang, als das iPad 2010 rauskam, so ein bisschen gedacht, das sind jetzt neun iPhones, jeder wird ein Tablet haben und die wird man alle zwei Jahre wechseln. Das ist nicht eingebrochen und das wird auch, denke ich, nicht mehr eintreffen. Ich denke, die Tablets allgemein und die iPads im Speziellen werden eine Nischenanwendung sein und bleiben. Und ich denke, das wird sich noch ein bisschen verschärfen. Und ich denke, ich finde es auch ganz gut, dass Apple da zweigleisig fährt und einerseits die iPad Pros anbietet, für Leute, die auch auf den Stift angewiesen sind, die vielleicht zeichnen auf dem iPad, handschriftlich was machen wollen, die vier Lautsprecher unbedingt wollen, die eine Tastatur zum Anstecken wollen, tralala. Und diese einfachen iPads in Anführungszeichen, die im Prinzip alles ganz genauso gut können, nur halt den Stift nicht unterstützen, die Tastatur nicht unterstützen und halt nur zwei Lautsprecher haben. Ich denke, die werden schon ihren Markt finden, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Ich denke, da sollte man eher davon ausgehen, dass sich die Verkäufe irgendwann so auf dem Niveau von den Macs einpendeln, als auf den Verkäufen von den iPhones. Ist dann die Frage, ob Apple dann oder alle Hersteller langfristig dann noch ein riesen Interesse an diesem Geschäft haben. Aber ich wäre froh, es wäre so, weil ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich denke, die Leute, diese haben auch. Und ich denke, das ist immer noch ein gutes Geschäft für Apple, wenn sie acht Millionen Stück von denen verkaufen. Stückpreis mindestens 400 Euro. Ich denke, da lässt sich durchaus ein gewisses Milliardengeschäft damit machen. Von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass Apple diese Linie weiterführt. Schauen wir, ob im Herbst noch was kommt, ob noch ein neues IP Pro kommt, ob vielleicht ein ganz neuer Wurf kommt. Würde mich interessieren, was denkt ihr von den iPads? Habt ihr vielleicht eins? Seid ihr zufrieden? Wie oft wechselt ihr eure iPads? Lasst es mich nochmal wissen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und vielen Dank. Ciao.